Einen schönen guten Tag die Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Adventskalender! Und Jan mäht gerade da ein bisschen Gras, damit ich das dann hier auffüllen kann, also meinen Wagen auffüllen kann und dann können wir die Kühe füttern. Ja, die warten schon seit letzter Folge sehnsüchtig darauf gefüttert zu werden. Ja, und ich mach kurz mal einen kurzen Cut, ich muss noch kurz was machen, bis gleich. Ist okay, ja klar, bis dann. So, da sind wir wieder zurück, Kurt hat, muss kurz noch was machen, aber Jan mäht weiter und ich chill hier ein bisschen. Oder ich lass kurz den Wagen hier und komme den ab und ich fahr ganz kurz zu den Kühen und zeig mal auch die Kühe. Und ja, wir haben gesagt, wenn du fertig bist. Ja, warte mal. Ich mähe doch schon die ganze Zeit. Ja, du musst aber alles mähen. Wie die ganze Wiese. Ja. Pack uns zum Kühen und zeig mal, wie die aussehen. Ja, bis dahin ist schon die Folge vorbei, bis du wieder hier bist. Nö, ich hab ja den schnellen Traktor. Na gut. Fahr. Also ich weiß, wo das ist. Ich weiß jetzt ja auch, wo das ist. Ich weiß jetzt ja auch, wo das ist. Und meine Denkworte, wenn du sagst, Vater Pals. Nö, ich nimm ne Abkürzung. Ich seh, wo du gegangen bist. So, ich weh, ich weh, ich weh, ich weh, ich weh die Miese, ich weh die Miese, ich weh die Miese. Oh. Spülbauer. Ne, hier haben wir auch Weizen. Hier soll ein Weizenfeld. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, welche Felder uns gehören. Wir wollen uns allen, aber egal. Ach so, wir haben alle Felder inzwischen. Oh, cool. Ja, Leute. Bitte schön, da sind unsere Kühe. Ja. Die eine guckt mich grad da so an. So, ich seh zumindest, dass hier schon ziemlich viel gemäht ist. Und dementsprechend, ich mehre mal noch ein bisschen weiter und dann hole ich, glaube ich, nämlich unseren Wagen. Jo, und hier sind die Kühe. Ah. Ich check grad nicht, wie wir die in den Steigkriegel sollen. Die Kühe, die bleiben, glaube ich, immer auf der Miese. Ja, aber wie sollen wir die füttern, ist dein Tor? Da ist ein Trog. Draußen. Ich weiß, wo der Trog ist. Ich mach das. Ich probier mal kurz fast. Wiii. Leute, der schafft das. Was machst du? Ich war einfach über den Berg. Ah, du hast die Futtermaschine abgekoppelt. Ah, Andy, back and fly. Wiii. 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 Alter, das bockt. So, ich hab mal das Mähwerk eben hier abgesetzt. Ups, jetzt hab ich mir weg auf die Straße geschoben. Wiii. 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 Komma. Ich probier mal, ob man durchs Wasser fahren kann. Sonst werden wir genug Geld Aber ich glaube, man kann einfach durchfahren Meinst du? Weißt du nicht, dass es irgendwie eine Alphaband vorm Wasser ist? Nee, fahren Sie nicht zu tief ins Wasser, jetzt fährt der Traktor nicht mehr Warte, Ladewagen anschalten Nein, ich will Ich will Wieso? Ich hab doch gesagt, ich komme Ich brauch dir erstmal einen neuen Traktor Oh Junge Kauf dir erstmal einen neuen Traktor Ich hab doch gesagt, ich möchte Ja, ich mach nur ein bisschen Hey, wieso geht das nicht? Ey Du bist das in Spiegel gehabt Ich möchte nur ein bisschen aufladen Weißt du überhaupt, wo es hin muss? Ja Wo denn? Mach ich, wenn ich fahren darf Boah, Alter Ach, du bist mit dem Traktor ins Wasser gefahren? Hm? Okay, dann tue ich mal eben das Mähwerk zurück Boah Lege die leck, Alter Lecker kruten So Ich bring mal das Mähwerk nach Hause So sammel Sammel du mal schön weiter Dein Gemüse auf Ah Hilfe Ich hab grad nix gedrückt, Leute Was hast du gemacht? Oh, ich bin gerade voll gelegt Okay Man hat's gehört Man hat das voll bei Lord Jan Wenn er leckt, dann mach's immer so Okay Ach, okay Der mit der Heugabel ist da Scheiße, ich park mal eben den Traktor hier Ja, mit dem Heugabel hab ich den schon hingeparkt Also den hab ich schon hingefahren, nicht? Na gut, dann steig ich mal aus Und lauf mal eben Ja, zum Komat Zum Komat mal in den Arsch Ja, ich würd mal sagen Wie weit bist du? Oh Leute, der lenkt überhaupt nicht bei mir, der Traktor Der lenkt überhaupt nicht bei mir Was hast du gemacht? Nichts, bei mir lenkt er Jetzt auch, okay Irgendwas mit der Gabel, Alter Ich fahr jetzt immer in Kreisen immer weiter Bis ich alles eingesammelt hab So So Okay Oh, es regnet So, ich hab zumindest einen Ich hab zumindest mal einen Heuballen wieder ins Lager verfrachtet Oh, bei Regen wächst das Gras Übelst schnell Glaub ich Oh, es hat nicht bei mir Okay. so hä mhm so versuche jetzt mal weiterhin diese blöden Heubein da ähm vor allem wie hast du es geschafft die alles so zu verteilen das war ein Haufen der direkt vor der Maschine lag jo also Leute ich fahre jetzt zu den Kühen und fütter die ich glaube ich komme mit naja es wird schon wieder ziemlich eng mit der Zeit also ich warte hier auf dem Bürgerstock auf was auf dich na cool ich tu nochmal eben ih, das sind das, da stell ich gleich wieder ein so, ich komm mit ah ich komme füttern wir nicht immer schnell die Kühe da liegt jetzt ein mhm, ein Traktor hinter unten ey, warte kurz, lass mal gucken, ob das Boot über den Traktor fährt nicht wer ist da auch reingefahren alter, was machst du denn ähm, warum hast du eine Gase? wir müssen die Kühe aber in der nächsten Folge füttern jo, wir können doch hier kurzen Folgen Ende machen genau drück mal F drück mal F ja, jetzt nehme ich Licht an oh halt kurz an oh, fährt das Boot drüber stofft ist das? weiß ich nicht das werden wir in der nächsten Folge erfahren nein das erfahren wir noch jetzt okay das werden wir in der nächsten Folge erfahren das ist so scheiße machst du doch auch erinnert mich so an Fortsetzung folgt genau aber trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen in dieser Folge und bis morgen bis zum und zwar morgen am zweiten äh, am dritten Advent gut, das Boot fährt drüber, ja alles klar und der dritte Advent ist wieder eine 20 Minuten Folge ja, eine 20 Minuten Folge Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann tschüss jo tschüss, wir sehen uns das nächste Mal bis dann bis dann